Liebe Mendennerinnen, liebe Mendenner, die vergangene Nacht war für viele sehr aufreibend. Ein solches Jahrhunderthochwasser haben wir in dieser Stadt noch nicht erlebt. Viele Bereiche der Stadt sind überflutet worden, viele Keller sind überflutet worden, viele Familien sind davon direkt betroffen, können teilweise ihre Heimat und ihre Häuser nicht mehr benutzen. Wir haben, und das ist das Gute, eine sehr, sehr breite Helferschaft in Menden gehabt. Sehr viele haben uns unterstützt, haben sie unterstützt, die Feuerwehr, das Ordnungsamt, die Malteser, ganz unterschiedliche, das Technische Hilfswerk. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken. Allerdings auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, die zum Beispiel die Kräfte, die dort vor Ort waren, mit Butterbrot, mit Pizza, mit Getränken versorgt haben, aber eben auch die Menschen in den Bereichen mit Wasser und allem Möglichen. Dafür mein ganz herzlicher Dank. Die nächsten Tage werden zeigen, wie groß die Schäden in Menden waren. Aber lassen Sie uns auch hier Mendeners Solidarität beweisen und alles wieder in den Griff bekommen. Vielen Dank.